Hallo und herzlich Willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video sprechen wir über wichtige Makrodaten, wir analysieren die Märkte und es gibt ein Update zu vier Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir mit dem Video starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo. Detailanalysen zu Nvidia, Siemens, Energy und Walgreens. Link zum Video natürlich in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video mit einigen Grafiken und Makrodaten, blicken zuerst auf Smart Money vs. Dumb Money und hier sehen wir eine interessante Entwicklung. Ganz in Dumb Money Manier sind die Kleinanleger gestern massiv in diesen Shortsquees hinterhergesprungen, nachdem sie sich zuvor bei der milden Korrektur sogar haben abschütteln lassen. Interessanterweise sehen wir allerdings bei den institutionellen Anlegern zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gewinnmitnahmen. Wir haben allerdings heute durchaus nochmal interessante Levels getroffen bei den Indizes, bei den Zinsen gab es heute ein kleines Warnsignal. Sind wir mal nicht überrascht, wenn hier heute ein paar Aktien die Hände gewechselt haben und wenn wir möglicherweise dann wirklich in den kommenden Tagen ein paar Gewinnmitnahmen sehen. Ich erwarte zum jetzigen Zeitpunkt ja aber noch nichts Dramatisches. Allerdings sollte man eins vermeiden und das ist natürlich jetzt aktuell in diese heiß gelaufenen Märkte hinterher springen. Und auch die Risikobewertung für den S&P 500 zeigt uns durchaus an, dass wir kurzfristig eine Abkühlung sehen könnten. Das kurzfristige Risikolevel ist jetzt hier deutlich nach oben gesprungen. Gestern von der 5 auf eine 8, also ist jetzt hier im heiß gelaufenen Bereich angekommen. Die blaue Linie unten, die schwarze Linie allerdings, die ist nach wie vor im unteren Bereich oder im mittleren Bereich unterwegs bei einer 5. Das heißt, man könnte das Ganze zusammenfassen. Kurzfristig Gewinnmitnahmen angezeigt. Mittelfristig müsste man sagen, hätte dieser Markt hier noch durchaus mehr Aufwärtspotenzial. Das sehen wir vor allen Dingen auch, wenn wir mal den CTAs auf die Finger schauen. Das sind unsere Commodity Trading Advisors, die trendfolgenden Algorithmen, die eben in der Regel kaufen, wenn die Märkte beginnen zu steigen und dann aber auch verkaufen in Korrekturen. Und da sehen wir, dass da seit ein sehr starkes Upside-Risiko vorherrscht. Die sind komplett aus dem Markt rausgespült worden. Jetzt auch gerade nochmal in den November rein sind die nochmal richtig ausgebombt worden. Und wenn wir hier mal der roten Linie folgen, das ist das sogenannte Uptape. Also wenn wir jetzt in eine Aufwärtsbewegung reingehen, dann sehen wir hier massives Aufwärtspotenzial bei den CTAs. Wir reden immer drüber am Top der Märkte. Wenn die heiß gelaufen sind, dann sind die Algorithmen gerne ein Trigger, um die Abverkäufe zu beschleunigen. Aktuell muss man eher damit rechnen, dass wenn sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt, dass diese durch die Trendfolger dann durchaus noch mehr angetrieben wird. Und dass wir aktuell noch relativ weit davon entfernt sind, von echter Euphorie zu sprechen am Markt. Das zeigt sich hier auch in dieser Umfrage von The Market. Ja, man hat hier die Anleger gefragt, wie sie aktuell positioniert sind und wie sie aktuell auch im historischen Vergleich sich vom Sentiment her fühlen. Sozusagen von 0 bis 100. Und wir sehen hier einen Großteil der Anleger ist derzeit im mittleren Bereich. Von Euphorie kann man hier aktuell definitiv nicht mehr sprechen. Von purer Angst. Logischerweise nach diesem Short Squeeze kann man jetzt hier aber definitiv auch nicht mehr sprechen. Und das sehen wir auch, wenn wir aktuell mal uns die langfristige Positionierung am Aktienmarkt anschauen. Und da werden auch meines Erachtens mal die letzten Jahre wirklich deutlich, was wir hier gesehen haben. Natürlich die starke Euphorie nach dem Corona-Crash 2021 waren die Leute extrem overweight in Equities, also extrem übergewichtet. Dann allerdings ins Jahr 2022 und vor allen Dingen ins Jahr 2023 rein, haben wir eine historische Untergewichtung gesehen. Und ordnet das wirklich mal so ein bisschen ein für euch. Das ist von Bloomberg hier die Grafik. Wir haben wirklich eine Unterpositionierung gesehen. Am Tiefpunkt schlimmer als am Tiefpunkt der großen Finanzkrise. Und das Ganze hat sich jetzt über das Jahr 2023 relativiert. Und wir gehen jetzt hier in ein Jahr 2024 rein, wo die Positionierung am Aktienmarkt jetzt hier so langsam aber sicher wieder in den positiven Bereich zurückkehrt. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Jetzt kommen wir zu einem Chart, den wir ohnehin jeden Tag bei den Live-Charts analysieren. Heute natürlich auch im Video, den der Marketer hier als den Chart bezeichnet. Es geht hier um die Verzinsung der zehnjährigen Staatsanleihe. Wir haben in den letzten Tagen und Wochen darüber gesprochen, dass hier möglicherweise eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation entstehen könnte. Ich habe euch gestern gesagt, dass das jetzt auch an der Wall Street hier angekommen ist, dass der Marketer gestern schon darüber berichtet hat. Auch Zero Hedge entsprechend dann auf X, also ehemals Twitter, einen Post veröffentlicht hat. Das ist für mich immer so ein kleines Warnsignal. Ich habe es ganz gern, wenn wir die Pattern hier relativ exklusiv auf dem Schirm haben. Sobald dann jeder darüber spricht, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Und wir haben heute auch einen Bounce erlebt bei den Zinsen. Schauen wir uns gleich bei der Chart-Analyse an. Der hat heute hier die Nackenlinie abgewiesen und ist auch nochmal über 4,5% gesprungen. Und darüber haben wir in den letzten Tagen gesprochen. Wirklich zuversichtlich für diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Kurzfristig können wir nur sein, wenn wir konstant unter 4,5% sind. Und das wäre natürlich nochmal ein interessanter Cocktail für den Markt, auch in Bezug auf potenzielle Gewinnmitnahmen. Wenn wir jetzt nach diesem massiven Rücklauf der Zinsen, aber auch nach diesem Abverkauf beim US-Dollar-Index jetzt hier nochmal einen Bounce sehen würden. Und ein weiteres kleines Warnsignal sehen wir hier in dieser Grafik. Und da wir ja grundsätzlich kontraindikativ an die Märkte rangehen, müssen wir durchaus jetzt davon ausgehen, dass hier möglicherweise Gewinnmitnahmen bevorstehen. Denn als die Märkte an den Tiefs waren, waren massiv Putz im System. Das heißt massiv Absicherungen gegen fallende Kurse. Und das ist für uns im Umfeld von überverkauften Märkten dann immer der Zeitpunkt, möglicherweise sogar etwas gierig zu werden auf die Märkte. Wo wir vorsichtig werden auf die Märkte ist, wenn die Putz dann aus dem System rausgesqueaset werden. Und das sehen wir hier aktuell. PCE, also das Put-Call-Verhältnis, vor allen Dingen auf Einzelaktien, hat jetzt hier gut gelitten in den letzten Tagen. Wir sind noch nicht an den Extremwerten angekommen, die wir zuletzt gesehen haben im Jahr 2023 für Korrekturen. Aber man muss es im aktuellen Marktumfeld, vor allen Dingen nach Sonarelli, meines Erachtens auch nicht überreizen. Übergeordnet kann man sagen, wir sehen es auch oben an dieser brutalen V-förmigen Erholung beim S&P 500. Ein Dip zurück in Richtung 4.400 Punkte. Darf zum jetzigen Zeitpunkt niemanden überraschen. Wäre meines Erachtens dann sogar eben ein Zeitpunkt, wo man den Markt nochmal potenziell kaufen könnte. Abschließend noch eine Grafik, die ganz besonders für die relevant ist, die im Kryptobereich investiert sind. Allen voran natürlich im Bitcoin. Wir sehen hier eine interessante Übersicht über alle geplanten Bitcoin-Spot ETFs. Links die entsprechenden Anbieter. Und auf der rechten Seite seht ihr dann die Spalten, wann hier die entsprechenden Daten sind für die Deadline. Wir sehen das am Freitag, den 17. hier zwei Deadlines bevorstehen und zwar von Hashtags und von Franklin. Das sind jetzt nicht die größten ETFs, keine Frage. Aber hier durchaus möglicherweise gegen Freitag mit Volatilität zu rechnen. Die nächste Deadline, zwei von vier Deadlines sind schon verstrichen für den BlackRock ETF. Die nächste Deadline steht hier erst bevor am 15. Januar. Macht euch hier durchaus einen Screenshot davon, diese Daten hier im Hinterkopf zu behalten. Kann, wenn man hier durchaus auch stärker investiert ist im Kryptobereich, durchaus hilfreich sein. Damit kommen wir zum Wirtschaftskalender und schauen uns die heutigen Ergebnisse. Nachdem gestern schon die Inflationsdaten zur Unterseite überrascht haben, sehen wir heute noch mal eine ordentliche Überraschung bei den Erzeugerpreisen auch zur Unterseite. Die Inflationsdaten sind eher ein Indikator, der sich in der Vergangenheit abspielt, bestenfalls in der Gegenwart. Die Erzeugerpreise allerdings gelten durchaus als vorlaufender Indikator und jetzt hier auch ganz klar die Zeichen auf Disinflation im Monatsvergleich, sogar die Zeichen auf Deflation minus 0,5% im Monatsvergleich und jetzt nur noch bei 1,3% im Jahresvergleich. Und das ist natürlich für mich auch ein Indikator, dass man denke ich mal hinter das Thema Zinsanhebungen einen Haken setzen kann. Auf der anderen Seite haben die Einzelhandelsumsätze nochmal etwas positiv überrascht, sind aber durchaus in der Breite auf Monatssicht zurückgegangen. Vor allen Dingen haben sie sich im Vergleich zum Vormonat deutlichst abgekühlt in den Vereinigten Staaten. Dann noch ein Wachstum um 0,9%, jetzt ein Rücklauf um 0,1%. Die Zahlen sind grün, weil sie etwas über der Prognose reingekommen sind. Allerdings muss man ganz klar dazu sagen, das Konsumverhalten bei den Amerikanern kühlt sich jetzt hier durchaus ab. Morgen gibt es noch eine Rede von Christine Lagarde und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Lasst uns jetzt mal ganz klar auf den Arbeitsmarkt schauen. Von Seiten der Inflation bekommen wir Signale, dass sich das abkühlt. Jetzt müssen wir natürlich auf den Arbeitsmarkt schauen, ob sich der ebenfalls abkühlt. Also morgen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Filifed Herstellungsindex. Und am Freitag kriegen wir dann nochmal Inflationsdaten, nämlich die aus der Eurozone. Hier rechnet der Markt dann sogar schon mit der magischen 2 vor dem Komma. 2,9% und auch morgens noch eine Rede von Christine Lagarde. Wir kommen zur Berichtssaison und da gab es heute freundliche Zahlen von Target. Die haben vor allen Dingen auf der Gewinnseite stark überraschen können. Aktie knapp 20% im Plus. Auch gab es Zahlen von Zim, die sind durchaus nochmal abverkauft worden. Der Dip wurde allerdings teilweise gekauft und JD.com ist heute auch freundlich unterwegs. Nachbörslich schauen wir unter anderem noch auf Palo Alto, Networks und Cisco. Und morgen gibt es da noch die Zahlen unter anderem von Alibaba, aber auch Walmart. Lasst uns da ganz genau drauf achten. Bei Walmart hört der Markt ganz genau hin. Auch vorbörslich unter anderem noch die Zahlen von Macy's. Und nachbörslich gibt es da noch die Zahlen von Applied Materials und Gap unter anderem. Damit kommen wir zum Sentiment. Wir haben den 4 im Great Index bei 54 und damit an der Schwelle zur Gier. Habt das mal auf dem Zettel. Auch gerade im Hinblick auf mögliche Gewinnmitnahmen am Markt dürfen wir auch nicht vergessen. Hier waren wir noch vor kurzem tief im Bereich der Angst. Wir haben die AAII Sentiments Umfrage von letzter Woche. Wir wissen, die war extrem bullish. Danach jetzt hier auch entsprechend die Rallye. Ich bin sehr gespannt, wie die von heute ausfallen wird. Über die sprechen wir natürlich dann morgen im Video. Wenn wir jetzt hier nochmal einen sehr bullishen Read bekommen sollten, sprechen wir wie gesagt morgen drüber. Da müssen wir hier definitiv vorgewarnt sein, ob es hier möglicherweise wie gesagt zu Gewinnmitnahmen kommt. Und die YouTube Sentiments Umfrage vom Sonntag vom Marktbriefing ist auch unverändert bullish ausgefallen. 58% von euch sind aktuell voll im Jahresendrallye-Modus. Neutral 22% und nur noch jeder Fünfte von euch ist aktuell bearish. Damit kommen wir zur Marktanalyse und wir beginnen mit den Rohstoffen und schauen zuerst auf WCI Crude Oil. Hier ist nach wie vor der Abwärtstrend intakt von unserer übergeordneten großen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wir haben ihn gestern erst nochmal angetestet als Widerstand. Potenziell müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Ölpreis war hier im Tief zuletzt überverkauft. Wir haben dann hier möglicherweise einen Impuls gesehen. Wenn das jetzt hier das Korrektiv ist, dazu müsste der Ölpreis nochmal deutlich über die 200-Tage-Linie ausbrechen, dann müsste man hier oben in unserer Zielzone auf dem Schirm behalten von 80,60 bis 84 US-Dollar. Sehe ich es aber übergeordnet durchaus noch als unproblematisch. Ziel, wenn das hier weiter ein Abwärtstrend bleibt, Ziel von dieser Schulter-Kopf-Schulter-Formation ist hier unten zu sehen im Bereich von etwa 70 US-Dollar. Beobachte das mir hier ganz genau. Die 200-Tage-Linie, die läuft exakt bei 78 US-Dollar und 15 Cent. Und das ist hier auch passend, weil das genau von dieser Downside das 23er Fibonacci ist an dieser Stelle. Da muss er ausbrechen, der Ölpreis, um wirklich 4-Stunden-Schlusskurse drüber zeigen. Dann sehen wir ihn in der Zielzone. Ansonsten möglicherweise hier noch mehr Abwärtspotenzial beim Ölpreis in Richtung 70 US-Dollar. Und das Zwischentief, was wir hier gesehen haben, wo der Ölpreis überverkauft war. Das war hier genau bei 75 US-Dollar. Sollte er das rausnehmen hier, dann wie gesagt Ziel 70 US-Dollar. Seid euch aber hier auch im Klaren, der Ölpreis war hier überverkauft. Und wenn das jetzt hier nur ein milder Dip wird aktuell, dann muss man durchaus damit rechnen, dass er sich hier nochmal etwas weiter nach oben schraubt. Was hier zuletzt Support war, könnte dann hier zum Widerstand werden. Das wäre dann auch der Beginn der Zielzone. Das erste Ziel für mehr Aufwärtspotenzial beim Ölpreis wären 80,60 Dollar und unter 75 US-Dollar. Sehen wir ihn meines Erachtens hier in der Zielzone bei 70. Wir kommen zu den Natural Gas Futures und die sind mir heute ein bisschen zu früh nach oben gedreht. Ich hatte hier eine Zielzone auf dem Schirm für einen potenziellen Doppelboden. Dann hätten wir hier ein Dragon Setup gesehen beim Gaspreis. Das wäre hier herrlich gewesen, wenn er mir hier reingelaufen wäre in die Zielzone, auch in dem Bereich um die 50-Tage-Linie. Hier hat der Markt jetzt etwas höher zugegriffen. Im Bereich von 3,07 Dollar war hier der Boden jetzt heute für den NetGas-Preis und seitdem ist er gut angestiegen um aktuell 6%. Wir sind jetzt hier auch aus dem lokalen Abwärtstrend für den Moment ausgebrochen. Wir sind aktuell auch wieder über den 3,22 Dollar. Hier an diesem lokalen Zwischenhoch hat er jetzt Probleme. Da muss er drüber über 3,25, 3,26. Hier brauchen wir vier Stunden Schlusskurse. Sehen wir eindeutig, wie wir kurz drüber waren und drunter gedippt haben. Und wenn er hier ausbricht, dann sehen wir ihn im Bereich von 3,40 Dollar. Hier ist dann eine wichtige potenzielle Widerstandszone. Hier drüber ist eine Kurslücke. Und wenn er aus den 3,40 ausbrechen sollte, dann hier oben Zielzone im Bereich 3,50 bis 3,56. Und wenn er uns hier doch noch nach unten dippen sollte, wenn das jetzt hier heute eine kleine Bullenfalle war, im Endeffekt, solange wir hier aus dem Scheitelpunkt nicht ausbrechen, dürfte er hier sogar noch den Doppelboden abholen und würde sich dann hier potenziell für eine scharfe Rallye qualifizieren. Habt es auf dem Schirm, wir brauchen die Schlusskurse über 3,26. Dann Ziel 3,40, potenziell 3,56. Und wenn er uns nochmal runterkommt in Richtung 3 US-Dollar im Bereich der 50-Tage-Linie, wäre das hier ein potenzieller Dippkauf. Wir kommen zum Goldpreis und der zeigt uns hier eine sehr schöne Preis-Action. Die letzten Analysen waren hier im Rahmen der 200-Tage-Linie. Wir hatten uns den Abwärtstrend eingezeichnet. Zugegeben, es war die Aussage, dass dieser Trade hier nicht besonders einfach wird, wie wir hier viele Support- und Widerstandszonen auf dem Schirm haben. Aber die 200-Tage-Linie konnte man hier kaufen. Entsprechend der Breakout aus dem Abwärtstrend wurde hier dann noch mal sehr schön gebacktestet. Impulskerze, milde Korrektivkerzen und jetzt nochmal ein weiterer Impuls. Sehr, sehr schön. Aktuell sind wir über den 1950. Da wollen wir den Goldpreis nicht mehr drunter sehen. Auch von der letzten Downzeit hier das 23er Fibonacci, 61er Fibonacci. Hier müssen wir vorsichtig sein im Bereich von 1980. Und wenn er den 1980 rausnehmen sollte, achten wir hier genau auf die 2.000 US-Dollar bitte. Das ist vom Ausverkauf des 88er Fibonacci. Und wenn er uns das rausnimmt, dann die Zielzone 2030 bis 2060. Wir wissen, über dem 88er Fibonacci gehen die Leerverkäufer hier kurzzeitig zum Sterben. Und das wäre die Zielzone im Bereich für einen Shorts-Quiz, wenn es hier neue Hochs gibt. 2030 bis 2057, 2060 US-Dollar. Drunter unter 1950, wollen wir das Ganze hier nicht mehr sehen. Ansonsten müssen wir hier auf dem Schirm haben, potenzieller Impuls. Wenn das hier nur das Korrektiv war, 20-Tage-Linie scheitern wir aktuell. Da müsste man sich möglicherweise nochmal mit mehr Downzeit auseinandersetzen. Wir kommen zum Bitcoin. Da waren wir gestern im Rahmen von dem Abverkauf unterwegs. Ich hatte euch gesagt, achtet mir hier auf die eingezeichnete Zielzone, dass eben gerne im Rahmen von aggressiven Aufwärtstrends nach solchen Abverkäufen Assets dann im kurzfristigen Zeitfenster überverkauft sind. Am Support 4-Stunden-Kurs war überverkauft. RSI war im überverkauften Bereich das erste Mal seit Beginn der großen Rallye. Ist auch Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Da waren wir bei deutlich noch unter 30.000 US-Dollar, hier bei 26.000. Da waren wir das letzte Mal im 4-Stunden-Chart überverkauft. Jetzt hier das nächste Mal und der Markt hat hier perfekt zugekauft. Keine Schlusskurse gesehen unter der 20-Tage-Linie. Im Prinzip genau das, worüber wir gestern im Video gesprochen haben, ist hier eingetreten. Es gab einen Wig drunter. Das war die 4-Stunden-Kerze, über die wir gestern gesprochen haben. Die um 17 Uhr. Das war die im Video. Die ist kurz drunter gedippt. Das war auch aggressiv. Da haben wir den überverkauften Zustand gesehen. Und das hat der Markt dann schön aufgesaugt. Hat sich vor allen Dingen mit Schlusskurs wieder drüber gerettet. Und heute gibt es den entsprechenden Shortsquiz. Bitcoin auch aus dem Abwärtstrend hier ausgebrochen. Bitcoin auch aus der 20er-Linie im 4-Stunden-Chart ausgebrochen. Und jetzt auch wieder über der Herzlinie von diesem durchaus schön respektierten Trendkanal. Gefällt mir sehr, sehr gut. Allerdings natürlich Fokus auf die 37.900, auf die 38.000. Und wenn man das hier rausnimmt, das Level, dann gibt es den Shortsquiz in Richtung 42.000. US-Dollar möchte jetzt hier noch nicht vorgreifen, ob er das schafft. Wobei das hier durchaus derzeit impulsiv ist. Der darf hier allerdings auch nochmal abprallen. Jederzeit auch nochmal die Herzlinie hier antesten. Das wäre sehr, sehr schön. Backtest der Herzlinie gibt uns dann ohnehin eine sehr starke Wahrscheinlichkeit für den Breakout. Nur unter der Herzlinie könnte man sagen. Und unter der 20er-Linie im 4-Stunden-Chart wollen man jetzt eigentlich nicht mehr sehen. Keine Kurse mehr. Unter 36.500. Wir kommen zum US-Dollar-Index und da haben wir gestern im Video über dieses kleine Level gesprochen. Aus dem September bei etwa 104.000. Ich hätte darauf hingewiesen, hier kann er bouncen. Hier sind wir überverkauft. Bounced genau auf dem Level. Jetzt schauen wir mal bei der Gegenbewegung auf den Bereich von etwa 104.800. Das war hier zuletzt Support. Kann dann hier zum Widerstand werden, wenn er es soweit schafft. Aktuell sind wir hier am großen 38er. Fibonacci bei 104.4. Findet er aktuell für den Moment Widerstand. Wenn er das nochmal rausnimmt, achtet mir hier auf diesen Bereich. Und da schauen wir dann ganz genau, ob das dann möglicherweise der Beginn wird von einer größeren Aufwärtsbewegung oder ob er hier nochmal abprallt und wir dann wirklich nochmal in einen letzten Impuls zur Downzeit gehen in Richtung 200. Tagelinie beim Dollar. Und damit kommen wir zur Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleiter. Hatten wir eingangs bei den Makrodaten schon drüber gesprochen. Ich habe euch heute gesagt, er hat hier die Nackenlinie abgewiesen und zwar durchaus beeindruckend jetzt mit einem Shortsquiz. Das sind natürlich jetzt die aggressive Gewinnmitnahmen beim Anleihenmarkt. Die haben massiv Gewinne eingefahren. Die Jungs sind in den letzten Tagen. Lass dir jetzt hier ein bisschen Gewinne mitnehmen. Das beobachten wir ganz genau. Hier oben ist auch noch die Zielzone eingezeichnet. Die dürfte er sich hier im Extremfall abholen. Alles bis 4,7. 4,8 Prozent wäre grundsätzlich problemlos. Würde einen Dip auslösen. Keine Frage. Das wäre durchaus nochmal ein Schreckmoment für die Aktienmärkte. Aber erst über 4,8 Prozent würde es dann wirklich gefährlich werden. Und wie gesagt, gestern war auch die Aussage, wir brauchen hier die 10-jährige Konstant unter den 4,5 Prozent, um wirklich diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation alles bestätigt anzuziehen. Zielzone ist dann im Bereich der 4 Prozent. Damit kommen wir zu den Aktienmärkten und wir beginnen mit dem Volatilitätsindex. Und auch der ist hier in der Zielzone jetzt angekommen, die wir auf dem Zettel haben. Und das auch schon seit einigen Tagen. Und zwar sehen wir hier die zweite Harmonic in Folge. Hier auch das 88er Fibonacci in diesem Bereich. Deswegen hier die Zielzone hinterlegt. In diesem Bereich muss man mit einem Bounce rechnen. Beim Wix nochmal zurück in den Bereich um etwa 16,5 bis 17,8. Das wäre dann hier nochmal der große Abwärtstrend. Hier auch die 200-Tage-Linie. Da wollen wir den Volatilitätsindex nicht mehr drüber sehen. Das ist jetzt eben gerade die Phase, wo man dann nochmal darauf vorbereitet sein muss. Möglicherweise ein schöner Bounce beim Dollar, schöner Bounce bei den Zinsen, schöner Bounce beim Wix. Korrektur am Aktienmarkt. Sind wir genau auf dieses Szenario bitte mal vorbereitet, um wirklich die Rallye nochmal richtig anzufachen. Müsste der Wix jetzt hier unter die 13,5 fallen in Richtung 52-Wochen-Tief. Und wenn der Wix neue Jahrestiefs machen würde, dann ist die Rallye in absolut voller Fahrt. Aber allerdings muss ich sagen, ein Primärszenario. Wenn mir das durchaus hier jetzt danach aussieht, dass der Wix sich hier versucht, Support zu suchen, sind wir hier zumindest mal nicht überrascht, wenn es am Aktienmarkt nochmal etwas ungemütlicher werden könnte in den kommenden Tagen. Und das könnte dann halt in allererster Linie für diejenigen zum Problem werden, die sich jetzt im Rahmen von der Rallye hier in der Zielzone haben reinziehen lassen in den Markt. Wir haben darüber gesprochen hier vor allen Dingen in dieser Bereich von den September-Hochs zwischen dem 78er und 88er Fibonacci beim S&P 500 zu den 52-Wochen-Hochs ist für mich ein Bereich, wo wir mit Verkaufsdruck rechnen müssen, wo definitiv keine Long-Einstiege angezeigt sind. Wenn wir Long-Einstiege suchen würden, jetzt falls sich dieser Short-Ski fortsetzen sollte, dann bitte erst über den 4550 Punkte dann in Richtung 4700 Punkte. Und meines Erachtens könnte man jetzt hier natürlich einerseits Gewinne mitnehmen. Wer sich hatchen möchte in seinem Depot, der sollte hier vier Stunden Schlusskurse abwarten unter 4500 Punkten, dann mit Stop unter den lokalen Hochs. Wir haben hier durchaus eine kleine bärische Divergenz im vier Stunden MACD von diesen Hochs. Aufs aktuelle Top sehen wir jetzt hier etwas weniger Momentum. Wie gesagt, man darf hier nicht überrascht sein, wenn es hier ein bisschen dippt und wer wie gesagt aggressivst Long-Investiert ist, kann entweder Gewinne mitnehmen oder sich dann bei vier Stunden Schlusskursen unter 4500 Punkten zur Short-Seite etwas hatchen mit Stop über den Hochs. Dann sind wir abgesichert, falls die Märkte nochmal nach oben wegfliegen sollten. Ich muss aber auch dazu sagen, ab 4400 Punkten nach dem Breakout aus dem großen Abwärtstrend. Ab dieser Zone als Backtest gehe ich wieder auf die Suche nach Dippkäufen am Markt. Und was durchaus kritisch wäre, wo man dann nochmal extrem vorsichtig werden müsste, das wäre der Bruch zurück unter diesen Abwärtstrend. Dann wird es meines Erachtens mindestens die 200-Tage-Linie, was dann nochmal ein satter Long-Einstieg wäre, vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass sie hält. Und was super kritisch wäre, muss man dazu sagen, nach so einem brutalen Short-Squiz wäre, wenn der Markt unter die 200-Tage-Linie fällt. Aber da sprechen wir dann ohnehin in den Videos drüber. Achtet mir jetzt hier lokal mal, dass er hier möglicherweise ein bisschen an der Top-Bildung ist, dass jetzt gerade eben Smart Money hier oben mit Sicherheit ein bisschen Gewinne mitnehmen könnte. Und wenn jetzt hier sich die Kleinanleger reinziehen lassen in der Zone und es wird dann hier ein bisschen rutschig, dann kann es durchaus in Richtung 4400 Punkte gehen. Damit kommen wir zum Nasdaq 100 im 4-Stunden-Chart. Da haben wir gestern über das Megafon-Pattern gesprochen und wie das im 4-Stunden-Chart gebrochen wurde gestern. Und es ist wirklich fast unglaublich, was der Nasdaq hier macht. Er bricht aus, aus einem Ascending-Broadening-Wedge. Und testet jetzt hier mit der aktuellen 4-Stunden-Kerze das Ganze hier potenziell als Support. Wir haben heute auch ein neues 52-Wochen-Hoch abgeholt beim Nasdaq 100 in der letzten 4-Stunden-Kerze mit ganz genau 15.977 Punkten im Future. Minimal über den bisherigen 52-Wochen-Hoch. Und seid hier mal vorsichtig, der hat das hier einfach abgefischt und direkt abverkauft. Das kann eine kleine Bullenfalle heute gewesen sein. Und da achten wir jetzt mal drauf. Kritisch wird es beim Nasdaq 100 übergeordnet ein wenig, wenn wir unter 15.700 Punkte hier fallen sollten. Das muss man dem Markt jetzt hier einfach zugestehen nach dieser brachialen Rallye, dass er sich jetzt hier möglicherweise entweder diesen Bereich hier als Support abholt. Ansonsten haben wir gestern drüber gesprochen. Rechnen wir damit, dass der Markt hier nochmal die Unterseite anläuft von diesem Ascending-Broadening-Wedge. Und beim Nasdaq würde ich hier mal vorsichtig davon ausgehen, dass wir dann hier im Bereich von 15.300, möglicherweise etwas höher, 15.350 Punkten auf die Suche gehen nach frischen Long-Einstiegen unter der unteren Trendlinie von diesem Ascending-Broadening-Wedge wollen wir ihn eher nicht mehr sehen. Ansonsten müsste man hier wirklich mit einer größeren Bullenfalle rechnen. Aber wenn wir das hier brechen sollten, dann möglicherweise eben, wenn es zu einer großen Korrektur kommen sollte, etwas mehr Downside-Potenzial beim Nasdaq 100. Heute neues 52 Wochen hoch abgeholt nach einer Extrem-Rallye vom Tief, was wir gesehen haben, am 26. Oktober am Donnerstag ist der Markt angestiegen um 13,6 Prozent. Wird Affin absolut nicht überrascht sein, wenn es zu Gewinnmitnahmen kommt. Er hat hier in etwa ca. 0,7, 0,8 Prozent Downside-Potenzial, bis es dann möglicherweise eine Korrektur hier werden kann um bis zu 4 Prozent. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Damit kommen wir zum Russell 2000, der ja endlich begonnen hat, alles in Grund und Boden zu performen und der heute auch die 200-Tage-Linie sich hier abgeholt hat nach einem absoluten Textbook A, B, C, D-Pattern. Er hat sich hier ein 65er Fibonacci abgeholt auf der C und jetzt hier oben das 161er Extension abgeholt. Den goldenen Schnitt, damit auch die 200-Tage-Linie abgeholt. Ist auch brutal überkauft, natürlich kurzfristig heiß gelaufen. Und wenn wir darüber gesprochen haben gestern im Analyse-Video zu Canopy Growth, dass sich Stonks gerne die 200-Tage-Linie abholen, um dann zu korrigieren. Wenn wir den Russell hier so ein bisschen als König der Stonks betrachten, dann müssen wir hier ganz klar diese Berührung der 200-Tage-Linie absolut ernst nehmen. Keine Frage, wenn er sie rausnimmt, die ist bei 18,24, dann hat er hier richtiges Short-Squeeze-Potenzial in Richtung 1900 Punkte. So ein wenig Primärszenario für mich ist, dass wir diese Zone hier potenziell als Support antesten. Möglicherweise sogar eine Stufe tiefer im Bereich der 50-Tage-Linie. Ich hätte gerne das B als Support, dass wir eben hier in diesem frischen Aufwärtstrend überschneidungsfrei bleiben. Und das würde für mich heißen, keine Kurse im Prinzip unter 1770. Wenn es ein harter Dip wird, der dann sofort gekauft wird mit einem WIC, würde ich mir auch die 50-Tage-Linie hier gefallen lassen, was wir beim Russell definitiv nicht mehr sehen wollen. Das ist hier ein Bruch zurück in diesen Abwärts-Rennen. Denn dafür war dieser Impuls jetzt hier definitiv zu hoch. Das ist hier keine Harmonic mehr. Also im Prinzip nicht mehr diese Bewegung, die sich dann hier gerne in Doppelboden suchen darf. Das war hier zu stark. Das ist eine absolute Impuls-Bewegung, ein One-Two-Setup, das hier oben nochmal einen Impuls ausgebaut hat. Das darf hier gerne nochmal ein Rücksetzer werden, wackelig zurückkommen und dann schauen wir uns die nächste Welle nach oben an, die dann gerne auch den Breakout zur Folge haben darf aus der 200-Tage-Linie. Achtet hier mal ganz genau auf diesen Bereich. Wenn wir uns hier oben die 1860 bis 1880 noch abholen sollten, dann ist wirklich höchste Eisenbahn für Gewinn-Mitnahmen. Ist aber hier auch schon heiß gelaufen. 4 Stunden RSI bei 80. Sind wir hier bitte nicht überrascht, wenn er volatil wird. Und wir wissen, wie volatil er zuletzt war. Hier ging es senkrecht drauf. Das kann durchaus aggressiv runterkommen in Richtung 50-Tage-Linie unter 1750. Muss ich aber sagen, möchte ich den Russell hier eher nicht mehr sehen. Wir kommen zum DAX, der im Moment, muss man sagen, auch nur eine Richtung kennt, der sich jetzt hier aber einer wichtigen Widerstandszone nähert. Und zwar dem 61er, 65er Fibonacci bei 15.800 Punkte. Wir sind heute aus der 200-Tage-Linie ausgebrochen und das beobachten wir jetzt mal in den kommenden Tagen ganz genau. Wenn es hier ein Fake-Out war aus der 200-Tage-Linie, dann kann das durchaus nochmal zur Folge haben, dass er scharf zurückkommt. Da müssen wir uns diese Wedge-Struktur hier mal anschauen, in welcher Form das möglicherweise als Support hält. Wenn er da drunter bricht, dann möglicherweise wirklich die Chance nochmal für einen scharfen Dip beim deutschen Aktienindex. Auf der linken Seite sehen wir hier die Widerstandszone. Knallharte Widerstandszone auch bei 16.000 Punkten. Hab hier mal diese Golden Pocket auf dem Schirm. 15.787 bis 15.850 ist jetzt hier für mich mal Widerstand. Wenn er das rausnehmen sollte, dann bei den 16.000 Gewinnmitnahmen angezeigt. Und wenn er das dann hier mild abkonsolidieren sollte, dann haben wir einen Trigger für Kurse in Richtung Allzeithoch in Richtung 16.300 bis 16.500. Aber auch hier der 4-Stunden-RSI bei 82. Die Indizes sind hier wirklich heiß gelaufen. Und man darf hier wie gesagt auch nicht überrascht sein, wenn jetzt hier an diesen Widerstandszonen es zu Widerstand kommt. Wenn es hier möglicherweise auch gerade im Lager der institutionellen Anhandlänger zu Gewinnmitnahmen gekommen ist. Wenn jetzt hier Dammani sich reingekauft hat, dass es dann durchaus auch in den kommenden Tagen etwas schärfer dippt. Wir kommen zum Hang Sengenex und auch der setzt sich jetzt hier mal endlich, muss man sagen, ordentlich in Bewegung. Aber auch der Hang Sengenex ist jetzt hier an der Widerstandszone angekommen, über die wir in den letzten Tagen gesprochen haben. Und zwar ist das hier dieser Bereich bei 18.300 bis 18.500 Punkte. Das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Wichtig ist jetzt. Er ist aus diesem äußerst wichtigen Level ausgebrochen von 18.37 bis 18.135. Wir zoomen hier mal kurz im Tageschart etwas raus. Verzeihung beim Hang Sengenex. Und dann zeige ich euch mal diese Zone. Das ist hier einmal dieser kritische Support aus dem Jahr 2022. Von hier gab es eine v-förmige Erholung. Und wenn wir etwas weiter nach links gehen, sehen wir hier dieses kritische Tief aus dem Jahr 2016. Das ist hier wichtigster Support. Und wenn wir hier eine kleine Bärenfalle jetzt gesehen haben, im Endeffekt seit August dieser Dip unter dieses Level, da muss man dazu sagen, und das schauen wir uns jetzt hier mal im großen Bild an, dann sehe ich beim Hang Sengenex hier eine realistische Chance, dass wir, wenn wir diesen Anstieg jetzt hier schon mal auskonsolidieren in den nächsten Tagen in diesen Bereichen, dieser große Abwärtstrend bricht mal hier aus. Dann ist der Bärenmarkt am chinesischen Aktienmarkt vorbei. Dann haben wir hier bei 20.000 eine Widerstandszone und bei 22.500. Übergeordnet sind wir dann aber aus dem Abwärtstrend ausgebrochen. Wichtig wäre jetzt für den chinesischen Aktienmarkt keine Kurse mehr unter 18.000 Punkte. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt und Aktienanalysen. Wir kommen zu Biko und hier drohen jetzt die Verkäufer der Aktie so ein wenig die Kontrolle zu verlieren. Wir haben schon mal einen Gap nach oben gesehen. Das war Anfang November vom 1. auf den 2. November. Dann hatten wir die Aktie auch in der Analyse. Dann haben wir darüber gesprochen. Sind wir hier mal bitte vorsichtig bei der 100-Tage-Linie. Schlusskurse drunter wären kritisch. Aber die Marktteilnehmer haben die 100-Tage-Linie hier verteidigt. Und jetzt sehen wir heute wieder einen Short-Squeeze bei Biko. Und jetzt sind wir sogar über der 200-Tage-Linie. Bei Stonks achten wir bitte extrem auf die 200-Tage-Linie. Wir haben hier auch eine horizontale Widerstandszone, die der Markt aktuell auch als Widerstand nutzt. Und das ist dann nochmal weiterer Kreuzwiderstand hier in Ort und Stelle von der gesamten Downside. Wir wissen, wir hatten eine brutale Rallye bei Biko. Ist hier gestiegen um circa 500 Prozent, wenn ich mich recht erinnere, vom September auf den Anfang 2023. Ja, um 460 Prozent. Und von dieser gesamten Downside von dieser Rallye. Die Aktie hatte ja dann nochmal auf die Tiefs, über die wir zuletzt gesprochen haben. 84 Prozent verloren. Sind wir genau am 23er. Fibonacci. Hier muss der Markt ausbrechen. Dann hat die Aktie von hier nochmal 40, potenziell 68 bis 100 Prozent Aufwärtspotenzial. Aber bitte realisieren. Wir sind jetzt hier unmittelbar am Widerstand angekommen bei Biko. Hier kann man jetzt nicht long hinterher springen. Wenn, dann müsste man hier wirklich ganz genau beobachten, wie sie sich verhält, wenn sie uns hier drüber springen. Aktuell sind wir minimal über der 200-Tage-Linie. Sie braucht hier noch ein bisschen mehr Aufwärtspotenzial. Lass sie nochmal 6 bis 7 Prozent ansteigen. Idealerweise 10 Prozent ansteigen. Dann sind wir aus dem 23er Fibonacci. Und das ist jetzt hier eine Situation, wir sagen oft, wo aus wenig Downside dann plötzlich eine Menge Downside werden kann. Das ist jetzt hier eine Situation, wo aus wenig Upside dann plötzlich eine ganze Menge Upside werden kann. Grundsätzlich bitte aber auch realisieren, vor allen Dingen, wer hier sehr, sehr stark investiert ist, was man bei dieser Aktie grundsätzlich meines Erachtens vermeiden sollte. Du bist jetzt hier einem sehr, sehr wichtigen Pivotpunkt anbekommen. Wir können nämlich diese gesamte Widerstandszone uns hier nach links mal ordentlich verlängern. Widerstand im August letzten Jahres, Widerstand im November letzten Jahres, aber auch hier signifikant. Wenn du hier ausbrichst, dann gibt es den brutalen Shortsqueeze. Dann nochmal Support im Mai. Wenn du aber drunter brichst, dann kapitulierst du hier. Das heißt hier absolute Make-or-Break-Situation für Biko. Etwas mehr Upside noch. Dann meines Erachtens deutlich mehr Upside. Allerdings durchaus, wenn wir hier scheitern, dann möglicherweise nochmal ein Reset der Aktie. Und hier ein Doppelboden auf diesem Level. Da könnte man dann eventuell, wenn wir uns das Ganze dann nochmal anschauen, nachlegen. Wir kommen zu Coinbase. Die Aktie heute 8% im Plus. Sie ist jetzt angekommen bei den 100 US-Dollar. Über dieses Level hatten wir zuletzt gesprochen. Das ist hier von dem letzten Rücksetzer, das 61er Fibo. Seid ihr mal vorsichtig. Möglicherweise dippt sie ja nochmal ab. Wenn sie hier ausbricht, dann hat sie die 110 bis 112 US-Dollar als Target. Ich bin hier mittel- bis langfristig investiert bei Coinbase. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Herrliche Akkumulation bei der Aktie. Mein mittel- bis langfristiges Kursziel ist hier 180 bis potenziell sogar 300 US-Dollar. Vor allen Dingen, wenn dann der Bitcoin richtig Gas geben sollte. Wenn hier Musik reinkommt in den Kryptomarkt, dann ist das hier eine interessante Konstellation. Wunderbar. In diesem gesamten Jahr steigende Tiefs. Akkumulation bei Coinbase. Packt sie euch hier auf die Watchlist. Wir hatten sie auch im Video, muss ich dazu sagen, wirklich hier genau in der Zone. 75 bis 80 US-Dollar. Den Breakout haben wir uns angeschaut. Hier sogar Backtest auf der 200-Tage-Linie. Jetzt muss man sagen, ist es hier kurzfristig für einen Einstieg etwas zu spät. Man muss hier definitiv sich auf den Plan rufen, dass die hier nochmal bis zu 25% Downside hätte, wenn sie sich nochmal die 200-Tage-Linie abholt. Kommt natürlich auch auf den Krypto-Bereich drauf an. Aber gerade mittelfristig, wenn wir in einen Bitcoin- und Krypto-Bull-Zyklus reingehen, ist Coinbase für mich eine Aktie, die sehr, sehr gut performen kann. Horizontales Top drauf bei 114. Der Breakout aus den 125, wir sehen es hier auch auf der linken Seite, das ist dann hier nicht nur der Breakout aus diesem Verlaufshoch, sondern auch aus dem 23er Fibo. Und dann aktivieren wir die Golden Zone zwischen 183 und 280, 290 US-Dollar. Coinbase hochspannend. Jetzt kurzfristig heiß gelaufen. Möglicherweise könnte man hier in den 100 US-Dollern sogar leichte Gewinne mitnehmen, vor allem wenn man die Aktie sehr stark gewichtet hat. Im Depot sind wir nicht überrascht, wenn sie sich nochmal die 80 US-Dollar abholt als Backtest. Man muss aber sagen, wenn der Bitcoin jetzt stark bleiben sollte, wenn wir möglicherweise vor dem nächsten Lag abstehen beim Bitcoin, wenn er hier die 38.000 raus nimmt und in Richtung 42.000 marschiert, das wäre dann für mich ein Ziel, wo Coinbase vermutlich dann im Bereich von 160 bis 180 US-Dollar stehen könnte. Wir kommen zu Tesla, die Aktie heute wieder 2,5% im Plus. Wir sind jetzt hier in der Zielzone angekommen, auch am 50er Fibonacci des Ausverkaufs seit dem Juli-Top angekommen. Nehmt mir diese 50er Fibonacci ist grundsätzlich immer ernst. Wir haben jetzt hier auch die Kurslücke geschlossen. Man darf hier nicht überrascht sein, das wäre sogar nochmal ein sehr schönes Szenario. Darüber hatten wir auch in den letzten Tagen gesprochen. Lasst die hier nochmal tippen, lasst die hier diese Kurslücke schließen, nochmal einen Backtest der 200-Tage-Linie, dann würde ich hier bei Tesla auch nochmal entsprechend nachlegen. Kann aber auch nicht ausschließen, dass sie jetzt hier direkt durchzieht in Richtung 260. Hier dann allerdings muss man darauf achten, dass sie sich hier eben seit Juli fallende hochs abholt. Das heißt hier dann die nächste wirklich ernstzunehmende Widerstandszone. Wenn sie jetzt hier die 250 US-Dollar rausnimmt, dann im Bereich der 260 US-Dollar. Hier dann auch seit dem Ausverkauf die Golden Pocket und wenn wir das rausnehmen mittelfristig, dann reden wir hier langsam aber sicher auch über den Breakout aus dem Abwärtstrend. Zielzone mittelfristig bei Tesla sehe ich hier im Bereich zwischen 330 und 365 US-Dollar. Dafür wollen wir die Aktie mittelfristig nicht mehr sehen unter 220 US-Dollar. Ich muss dazu sagen, das gefällt mir extrem gut. Wir haben zuletzt auch darüber gesprochen, dass wir hier im Jahr 2021 schon mal genau bei den etwa 196 bis 206 US-Dollar und fast die gleiche Preis-Action gesehen haben. Dip drunter, Bergtest und dann ging die Rallye los. Damals sogar bis auf Allzeithochs. Dip drunter, Bergtest. Geht die Rallye los, potenziell sogar bis zu den Tops. Das ist die große Frage jetzt bei Tesla. Lass uns das ganz genau beobachten, Schritt für Schritt. Wunderbar wäre nochmal für einen Einstieg, um nachzulegen, hier ein Rücksetzer diese Kurslücke schließen und das wäre ein prozentual bei Tesla hin etwa 10% Downside. Und auch PayPal darf natürlich im heutigen Video nicht fehlen und die macht jetzt, muss man sagen, endlich mal, was wir von ihr wollen. Wir hatten es auf dem Schirm in den letzten Tagen und diese Rallye ist jetzt wirklich auch mal an alle die gerichtet, die hier die Nerven bewahrt haben, die natürlich jetzt auch auf dem Kanal täglich mit dabei sind und die vor allen Dingen keine Tagesschlusskurse auf dem Schirm hatten unter der 20-Tage-Linie, die sich hier nicht aus der Ruhe bringen haben lassen. Die sind jetzt im Bereich von 58 US-Dollar angekommen bei PayPal und ich hatte gestern darüber gesprochen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir in einigen Monaten über PayPal sprechen, ob es hier potenziell wirklich einen Breakout gibt, ob das dann, was wir hier beobachtet haben, Ende Oktober, Anfang November möglicherweise der Boden war bei PayPal, über den wir dann nächstes Jahr sprechen können, wenn die Aktie möglicherweise deutlich höher steht. Aber eines, ganz wichtig, nach dem anderen. Wir sehen jetzt hier gerade mal das erste kleine Setup, was sich hier ausspielt. Impuls, Rücksetzer, Impuls. Sie hat auch Gaps geöffnet. Wir wissen aber, dass am potenziellen Boden, ich erinnere nur an Meta, Gaps möglicherweise offen bleiben können. Also nehmen wir diesen Bereich hier mal sehr, sehr ernst. Wir hatten diese Kerze die ganze Zeit auf dem Schirm vom 2. November mit viel Volumen drauf. Eine massive Pinnbar-Doji. Das gibt uns gerne einen Boden. Das war hier nochmal der Dip zurück in diese Zone um 52,60, der dann gekauft wurde. Da gab es hier nochmal den intensiven Backtest von diesem Wig. Aber hier hat der Markt jetzt die letzten Tage zugegriffen. Jetzt beschleunigt sich das Ganze hier etwas nach oben. Erste Zone, die wir auf dem Schirm haben, für mögliche Gewinnmitnahmen, ist hier der Bereich von etwa 60 US-Dollar. Muss man ernst nehmen. 38er Fibur des Ausverkaufs. 50er Fibur ist dann bei 63,40. Hier ist dann auch der Abwärts-Rend. Hier müsste man nochmal mit einem Dip rechnen. Das wäre aber dann ein schönes Setup möglicherweise, um hier dann nochmal die 58 US-Dollar back zu testen, um dann möglicherweise endlich aus diesem Abwärts-Rend und vor allen Dingen auch aus der 200-Tage-Linie auszubrechen. Das wäre balsam bei so vielen von euch, die hier investiert sind und jetzt monatelang gelitten haben. Und was wir, muss man wirklich dazu sagen, vor allen Dingen, nachdem sie sich jetzt hier in Bewegung setzt, nicht mehr sehen wollen. Das gilt weiterhin. Wir haben jetzt hier wieder zwei Kurslücken geöffnet. Die können wir jederzeit noch schließen zur Downside. Aber keine Schlusskurse unter der 20-Tage-Linie. Und vor allen Dingen auch gerne Rally, dass sich die 20-Tage-Linie jetzt nach oben krümmt und wir dann eben jetzt auch weiter aus den gleitenden Durchschnitten ausbrechen. Heute brechen wir zum Beispiel aus der 50-Tage-Linie. Das ist eine gute Entwicklung. Man könnte jetzt ganz kurzfristig sogar sagen, keine Schlusskurse mehr unter der 50-Tage-Linie. Und die läuft aktuell bei 57 US-Dollar und 13 Cent. Und das passt auch gut zusammen, weil wir jetzt aus dem 23er Fibonacci hier ausgebrochen sind bei 56, 44. Legen wir uns hier mal eine Zone drüber. Hier wollen wir PayPal im Prinzip jetzt nicht mehr drunter sehen. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau. Dann wilosue shadow. Bis zum nächsten Mal. Ländern Henriierten Sylter